ARD Text im Auftrag von Funk Ist irgendwas? Wollten freuen, wo du hinfährst. Meine Mitvergelegenheit hat mich versetzt. Kopf hoch um das Voll-GP. Melders? Pommes? Big Beast? Getränk? Hört sich für mich genau noch. Hör mir jetzt genau zu. Wenn ich mich da jetzt nicht gleich melde, dann kann ich für deine Tochter nichts mehr tun. Ist das verstanden worden? Auch wenn du das nicht hören magst, Frank, aber wir sind alle nur kleine Zahlenräder im großen Spiel der Maschine. Bei dir alles okay? Ja, ja, klar. Hi, hier ist Frank. Was auch immer da heute passiert. Ich glaub das nicht. Das war's. Das war's. 4 Tage.